So! Geil, wir sind direkt mit Raketenwerfer ausgerüstet, ey. Dann hat Werfer. Thumper, Garner. Fun. Yeah. Okay, oh, und Geschütze. Also wir müssen ein Fahrzeug hier kaputt machen. Echt? Ja. Das ist nämlich mal ne entspannte Mission. Wenn das alles ist. Bonus in 3. Ich geh mal weg da. Okay. Und das da hinter dir. Ey, geil! Und nicht Munition für 30 Sekunden. Cool. Echt? Ja, tatsächlich. Zieh durch! Ja, ist da unten die Anzeige. Siehst das nicht? Ja. Ja. Egal. Ja, das ist nämlich mal ne coole Mission. Ja. Oder im Gegend. Wie du was gesagt hast. Die springen wir einfach mit weg. Genau. Boah! Ist gerade einer voll ins Bild geflogen. Die seilen sich wieder ab. Und mich erwischt natürlich ne Granate. Ja, ja. Ja. Ich zieh Granaten magisch an. Das ist unglaublich. Freut man sich mal, dass man ne einfache Mission hat. Ja. 17 Fahrzeuge machen. Einen Tag. Ja. Und wir haben... Mit so'n Bonus müssen wir... Dafür müssen wir noch ein Fahrzeug zerstören, um den Bonus aufrecht zu erhalten. Erstmal ein Fahrzeug finden, das noch nicht zerstört ist. Boah! Gut, dass ich mir eben ein M4-1 genommen hab. Ich hab mir schon was dabei gedacht, als es angezeigt worden ist, dass es das Auto noch gibt. So, außer die Dinger. Da hinten. Yeah. Boah, jetzt ist richtig gut hier. Ja. 16 Autos noch. Ja, ja. Okay. Nach... Ein paar Sekunden haben wir. Jetzt haben wir noch ein paar. Ja. Immer wenn du fünf Autos abgeknallt hast, kriegen wir unendlich Munition dazu. Ich weiß. Deswegen sollten wir uns beeilen, damit wir nicht noch mehr Zeit haben. Ja, jetzt kommt auch noch die scheiß Hubschrauber. Ja, wie ihr seht, manche Missionen werden einfach nur recycelt. Ja. Und mit was anderem bestückt. Die Waffe ist gut. Was jetzt? Nein. Okay. Meine Fresse. Ich muss wieder nachladen. Hätt's gedacht. Oh, ey. Was? Scheiß Hubschrauber. Oh, so. Hockt direkt einer vor mir, ey. Ja. Boah, ich hab hier keine Deckung wie in einem Drecks Hubschrauber. Ach, scheiße, ey. Mann, ich kann einfach nichts machen. Ich muss die ganze Zeit nachladen, ey. Ah. Ich sollte jetzt mal ein paar Autos spüren. Geht auch ein Hubschrauber? Weiß nicht. Steht Fahrzeuge. Meine Fresse, ey. Boah. Das Spiel weckt unbekannte Aggressionen. Oh, vier. Das war leider kein Fahrzeug. Ja. Da ist eins. Da ist eins. Was ich nicht erwischt habe. Scheiße. Wie ein Drecksack, ey. Pass auf hinter dir. Ein Fahrzeug noch, ein Fahrzeug noch. Ja, Baby. Das beim ersten Mal. Ja. Ist doch cool. Was jetzt davon, wenn wir da noch eine Neuaufnahme machen? Mit zwei Sternen. Nein, jetzt nicht. Wir machen das als nächste. Ja, weil's blind ist, spielen wir das jetzt, haben wir gedacht, erst mal nur auf dem einen Stern. Ja. Ist vielleicht besser. Und, wie wir sehen, kann man da echt gut durch. Ja, weil uns kommen nämlich schon langsam graue Haare. Ja. Oh, eine Heimlich-Mission. Ja, das ist die aus dem Einzelspieler. Da muss ich ja mit dem Soap durchkämpfen. Ach, Cliffhanger. Nein. Ja, doch, Cliffhanger. Aber danach halten. Ja. Okay. Ja, viel Spaß bei der Aufnahme. Juhu. 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 Ja. Die Wachen erkennen Sie also erst sehr spät. Ja, das hoffen wir mal. Was müssen wir denn jetzt machen? Von... Warte mal. Drei Sachen. Ja. Ja, komm. Was nicht und nicht mal im Unizogen. Was lag da gerade? Acker mit Schall. Zufälliger Scharfschützengewehr? Nee, das ist... Äh... Hä? Hast du? Ja. Weil ich höre ich jetzt gerade. Ich Idiot, meine andere Waffen weggeworfen. Ja, aber wir haben keinen... Weil wir nämlich nur den Herzschutzsensor haben. Ja, scheiße, die habe ich gerade weggeworfen. Scheiße, die ist auch weg. Warum liegt die hier nicht mehr? Weiß ich nicht. Ich habe hier richtig auszusehen eingesammelt. Ja, hast du. Du hast neue Munition. Egal, dann musst du mir sagen, wo die Gegner sind. Ja. Sagen wir hier das erste Ziel. Okay. Direkt hier... Oh! Direkt hier in der Ecke. Ja, du bist mir in den Weg gelaufen. 22 Meter da hinten. Warte mal. Wie sieht es aus? Direkt vor uns? Da. Da hinten. Die Richtung, wo ich ziele. Was ist denn zu dem? Ja. Zwei Gegner. Ein du. Ich nehme die hintere. Ich nehme die hintere. Okay. Drei, zwei, eins. Scheiße, ich hab den gerade kaum gesehen, ey. Oh oh. Achtung, der Truck hat angehalten. Shit. Ja, vier Ziele sind ausgestiegen und sehen sich auf. Wechseln das Magazin! Das war kacke. Ja, vor allen Dingen Granate zu werfen. Ach, ich habe hier Glück und die folgen uns nicht. Ich sehe auch kaum was durch den Headshack-Sensor, weil genau da, wo der mir nämlich zeigt, ist meine Munitionsanzeige. Munitionsanzeige. Ach, ja. Okay. Aua. Guck, der regelt sich doch da oben. Dann kommt noch eine ganze Menge Müll. Hör auf jetzt Granaten zu werfen. Die machen nämlich Krach. Die haben euch voll ins Gesicht geschossen. Ja, Entschuldigung. Keine Absicht. Lass mal hier hinten anreden. Okay, hier ist frei. Immer noch 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 frei. Vorsicht, da kommen die in Hangweite hoch. Oh Gott, wie viele Süßes. Ja, da kommt ein bisschen was. Was haben wir denn da, was wir einsammeln müssen? Weiß ich nicht. Ich geh grad gucken. Ah, nee. Wir sind zu viel. Äh, C4 platzieren. So. Stimmt. Ich muss mal auch eine Einzuspielerkampagne. Da allerdings noch ein Punkt. Alter Alter. Komm hier. Ach, ich weiß auch in dem. In dem Haus habe ich mich auch eine Einzuspielerkampagne. Da steht ein hinter der Tür. Zeig dich. Zeig dich, Junge. Zeig dich. Bäm. Na, shit. Ja, wie geht's? Ja, wie geht's? Wir gehen mal wieder zu unvorsichtig vor. Jupp. Wir dürfen nicht rennen. Wir dürfen keine Granaten werfen. Äh, ja. Es ist so. Die Waffe ist scheiße. Augen auf den Herzschlagssensor. Viel Glück. So, jetzt hab ich die mal behalten. Was hab ich denn jetzt? Warte, ich nehm die. So. Wie lang? Wie hoch? Warte. Ja, Frage ist, wie viele sind da? Also, das sagt ein Herzschlagssensor. Kenn ich nicht. Ich glaub noch. Ich glaub noch. Boah, das ist nur so ein ganz schwacher Punkt, aber... Ach, das bist du. Okay. Dann ist, glaub ich, nur einer. Warte mal. Sag mir mal, wie weit ich noch vor kann. Wieso? Dann steh ich mich an die Ecke und wenn du den erledigt hast, dreh ich mich um. Wie weit ich noch vor kann, ohne dass die mich sehen. Einmal ein Stück. Ja? Ja, er erreicht. Okay. Hey, wo schießt du hin? Okay. Was denn? War nur der eine. Okay. Aber der hat eben was von einem Truck gesagt. Was wir hier... Warte, warte, ich seh. Ich glaub, ich mein' ich sehe Umrisse von dem Typen. Ja, zwei Stück. Welchen kriegst du denn? Ich krieg. Ich geh' ein Stück weiter vorne, warte. Okay, ja, ich kann den hinteren kriegen. Warte. Versteck dich, versteck dich. Da kommt ein Truck. Da steigen nämlich dann welche aus und gucken sich um. Ja. Achtung, der Truck hat angehalten. Vier Ziele sind ausgestiegen und sehen sich um. Ja, warte, lass die laufen. Ich hoffe, die finden die Leiche nicht von dem einen. Hier liegt die dann noch. Ja. Fuck. Können wir hier durch, ne? Ah, ist das doof. Ja, lass die, lass die, lass die. Ich guck nur, ich guck nur. Ich will nur was sehen. Okay. Okay. Da müssen wir hin. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ich würde immer gerne wissen, was die so labern. Ne, aber die bewegen sich nicht. Ja. Was ist, wenn wir die abknallen? Sehen die? Die hier sehen das nicht. Die stehen nämlich weit weg. Ja. Das sind nur zwei, ne? Ja. Kriegst du einen? Warte. Ja, ein. Okay, können wir. Warte. Drei. Zwei. Eins. Sauber. Nochmal, nochmal, nochmal. Scheiße. Ach shit, ey. Komm. Aber wo? Wer hat uns denn gesehen, ey? Wow, Dreck. Scheiße. Scheiße. Aber auch.